Hallihallo, willkommen zum ersten Teil. Ich war im Kaufland und in dm, habe wieder gratis shoppen gemacht. Und zwar habe ich hier Tena Like, ähm, oder Lights, oh Gott, mein Englisch wieder. Ähm, beim Kaufland und dm gibt es den Fehler, ähm, Coporfehler, ich würde es mal Fehler nennen, ich weiß es nicht. Es gibt einen 2,50 Euro Tena Copor und den habe ich benutzt bei Kaufland und dm. Geht, soweit ich weiß, auch bei Müller. Ähm, ja, für mich war dm jetzt ganz angenehm und Kaufland auch, weil die halt SB-Kasse haben. Und dann habe ich hier jede Menge mitgenommen. Ja, ähm, hier habe ich noch ein paar Proben mitgenommen. Und dann habe ich noch mal nevia gratis mitgenommen. Ja, auch wenn ich schon genug habe, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, die können wir immer brauchen. Ähm, Kindershampoo habe ich jetzt keines mehr mitgenommen, weil wir davon echt jede Menge haben. Und, aber so Abschneidungstücher, ähm, kann man ja vielfältig verwenden. So, dann sehen wir uns gleich. Hallo meine Lieben, ich war wieder dm und in Müller, in Rewe war ich kurz. Ähm, in Müller gibt es ja auch diesen Copor, äh, wenn man hier einmal diese, ähm, Slip-Einlagen kauft. Ähm, da gibt es sogar, ähm, noch Gewinn. Da habe ich dann noch ein paar Katzenfutter gratis bekommen. Ähm, wenn man jetzt z.B. hier einmal für 1,95 Euro im Müller kauft und in 2,50 Euro Copor, da gibt es halt noch, ähm, Plus. Kannst euch dann ausrechnen. Und ich habe halt dann 1, 2, 3, 4, 5 Katzenfutter umsonst bekommen. Ich habe aber 6 Stück mitgenommen und habe dann nur für alles 10 Cent bezahlt, weil ich habe 2 mitgenommen. Genau. Und der Rest ist von dm. Alles gerade, es geht wirklich bis hinten hin. Ist wirklich ein riesen Berg. Dann habe ich nochmal hier, ähm, Kids Nivea mitgenommen. Das geht auch wirklich bis da hinten hin. Ähm. Ähm, habe nochmal, ähm, Reinigungstücher mitgenommen, alles gratis. Dann habe ich, ähm, Gott sei Dank, ähm, noch Shampoo gratis bekommen. Die kosten nämlich, ähm, 1,95 Euro. Genau. Und da habe ich die Shampoos gratis bekommen. Ähm, ja, ich habe wieder Proben mitgenommen. Ich lasse aber in jedem dm. auch genug Proben hängen. Ich gehe an verschiedene, mit in einen. Und hier habe ich Milka-Creme dank Rewe Produkttester gratis bekommen. Und einmal Alpro Cooking gratis bekommen. Hier geht es weiter. Hier hinten stehen noch, ähm, dreimal. Und hier geht es auch nochmal. Ja, da ist auch alles gratis. Das Katzenfutter habe ich teilweise bezahlt. Aber, ja, sechs Stück, äh, waren für 10 Cent einmal. Genau. Der Rest jeweils 20 Cent. Ja, genau, ähm, wir sehen uns gleich. Willkommen. Ich war kurz im DM und habe hier, ähm, Tempo geholt. Und zwar gibt es, äh, gerade auf Marco 100% Cashback. Ähm, diese Tempo Naturell. Naturell und Soft. Ähm, diese auch. Aber da gab es nur fünf. Und daher eins leider zu wenig. Aber wir haben alle schon eingereicht. Ja, und da wir zwei Haushalte haben, also zwei Cashback-Apps, haben wir das zweimal gemacht. Dann habe ich hier so Dosen mitgenommen. Entschuldigung, leider steht das Geschirr zum Trocknen. Aber ich habe halt noch keine Zeit gehabt. Ich war heute nämlich den ganzen Tag unterwegs. Bin erst erst nach Hause gekommen. Wir haben schon abends, schon fast dunkel. Ja, diese Dosen habe ich geholt. Ähm, ich weiß nicht, wie der Shop heißt. QVZ? Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht hier die Marke. Ähm, Lock, 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 Lock and Lock Boxen. Genau, und da kann man jetzt für 19 Euro zum Beispiel dieses Set kaufen. Es gibt einen 5 Euro Willkommens-Gutschein. Den löst ihr dazu auch noch ein. Ihr müsst Neukunden sein. Und über Payback gibt es nochmal circa 12 Euro, also 12 Euro zurück. Das heißt, man zahlt ein bisschen was für über 2 Euro für diese Boxen. Und hier ist eine große dabei. Es sind lauter kleine dabei. Hier ist so, ich weiß allerdings, ob das nicht jetzt, ob das Flaschen sind. Zwei Stück. Ähm, ganz viele kleine Büchsen. Hier auch noch. Ja, und die können wir als große Familie echt gut gebrauchen. Und können dann jetzt einiges auch mal wegschmeißen. Ja, das war es jetzt schon. Und dann sehen wir uns im Anschluss. Hey, hallo, meine Lieben. Willkommen zum DM-Hall und Lidl. Ähm, ja, wir waren heute spontan beim Lidl. Ähm, bei DM gibt es gerade, beziehungsweise man kann es überall kaufen, aber Tempo hat gerade eine Aktion. Einmal Tempo, äh, Taschentücher kaufen, einmal Box. Dann kriegt man bis zu 3,33 Euro zurück. Und ich habe jetzt, glaube ich, 3,22 Euro bezahlt. Also ist das für mich gratis. Ähm, gratis beim Lidl gibt es natürlich auch Wasser gerade in der App. Ich habe mir zweimal mitgenommen. Also gratis Wasser geht sowieso immer. Dann haben wir, hat der Marco hier sich einmal Cheese Onion Style Chips und einmal Cheese. Nochmal. Chalapeno. Das ist vom Bäcker. Dann einmal Eier. Dann hat sich Marco hier das mitgenommen. Mac and Cheese. 50% haben wir ein bisschen eingekauft. Da habe ich zweimal diese Grillmeister Geflügelbratwurst für 1,39 Euro zweimal. Das ist auch mega viel drin. Dann einmal eine Paprikasalami. So Kekse, Vanille für 48 Cent. Einmal so ein Salat für 86 Cent. Das sind so Maultaschen dabei. Da habe ich hier so Soßen mitgenommen für 62 Cent. Das ist so eine Pangang-Soße, wenn ich das jetzt richtig aussprich. Wenn nicht, dann sorry. Und einmal eine Curry für 62 Cent. Ich muss ja auch so pusten. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets gehen sowieso immer. Ja, so Babykekse. Habe ich mir wieder verlieren. 53 Cent. Veggie Patties. Für 86 Cent. Paprika Käse Würstchen. Die ist schon aufgemacht. Für 1,83. Ein... Und so. Was ist denn das? Hausmacher Leberwurst. Sowas mag ich überhaupt nicht. Marco mitgenommen. 2 mal 62 Cent. Das war nicht 50 Prozent. Einmal Backkammerbär. Das klebt zusammen. Okay, jetzt so. Bergbauer Käse Chili. Und einmal dieses Käsesnack. Finde ich auch mega lecker. Und hier einmal Schwibschwab Zero. Für 48 Cent im Angebot. Plus Pfand natürlich. Ich habe in der Lidl App noch 51 Prozent. Aber mir wurden bloß 1 Cent abgezogen. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber es ist halt jetzt so. Dann Paprizen und Semmel. Ja, das war's. Und dann sind wir uns im Anschluss. Bis dann. Ich habe vergessen, dass ich noch beim Action war. Und zwar habe ich so Boxen gekauft. Das sind jetzt 3 mal 30 Liter. Da habe ich irgendwie mehr gespart, dass ich jetzt einzeln 32 Liter geholt hätte. Ja, und da kommt dann jetzt von oben im Schlafzimmer die Deko rein. Was ich vom Titi gekauft habe. Und vom Tippo. Genau. So war der Plan. Ja, ich glaube ich habe, ich weiß nicht, 24 oder 28 Euro bezahlt. Diese Boxen von Action sind sehr, sehr günstig. Günstiger findet man es eigentlich nirgends. Habe ich zumindest ich noch nicht. Deswegen kaufe ich die nur beim Action. Die sind eigentlich auch relativ stabil. So, jetzt willkommen zurück. Ich war noch mal Müller und Emmer und habe für das alles 84 Cent bezahlt. Also genau 84 Cent. Wieder diese Tena. Genau. Zwei mal Katzenfutter. Ein mal Balea. Den gab es ja in der App. Da habe ich jetzt Wassermelone mitgenommen. Zwei mal Prittkleber. Ein mal Stabilo. Und hier nochmal Shampoo. Genau. Und dafür habe ich alles für alles 84 Cent bezahlt. Genau. Hallo meine Lieben. Willkommen zum DM Real und Kaufland Haul. Kaufland ist jetzt nicht so viel. Da fehlt noch ein Sack Kartoffeln. Und zwar gibt es gerade im Kaufland 10 Kilo Sack Kartoffeln. Können Sie ja im Prospekt nachschauen. Auf jeden Fall haben wir da einen Sack mitgenommen. Ich glaube 1,95 Euro. Auf jeden Fall sehr günstig. Den Sack haben wir noch mitgenommen, aber im Auto jetzt erstmal gelassen. Dann hier. Das ist alles. Ne. Das ist Real. Das und das ist vom Real. Der Rest ist vom DM. Und Always gibt es wieder gratis dank PayPack App. So. Das ist noch rausgerückt. Und zwar konnte man wieder drei Pakete kaufen und bekommt das Geld zurück. Und da kann man dann auch wieder einen 25- oder 20- oder 15-fach Punkte anwenden. Da macht man wieder ein Plus. Dann habe ich aber noch zusätzlich ein Ariel gekauft. In der App ist nämlich noch ein... Oh, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch ein extra Punkte für Ariel Waschmittel. Und Ariel Waschmittel kann man gerade gratis testen. Und da bekommt man dann auch wieder das Geld zurück. Hat man also auch wieder Geld verdient. Dann habe ich noch ein paar Shampoos mitgenommen. Gratis. Und hier Olia darf ich gratis testen. Dank Trend. Wenn man das auch spricht. Da kriege ich dann auch das Geld wieder zurück. So wie ein Unstopped Table bekomme ich auch das Geld zurück. Habe ich beides bei Real gekauft. Genau. Ich wollte eigentlich noch ein Ceva Quick und Vanell. Vegan. Gibt es nämlich auch zum gratis testen. Das habe ich allerdings noch nicht gefunden. Aber das werde ich doch finden. So. Und jetzt weiter. Ich sage einfach was vom Kauflein, was vom Real ist. Vom Kauflein einmal Hackfleisch gemischt. Zweimal kleiner Speisequark. Eine Savillard Wurst. Ein Grünländer. Vom Real habe ich diese Protein-Joghurts mitgebracht. Habe ich viermal Schoko. Und zweimal Grießpudding mitgenommen. Die sind nämlich dort im Angebot. Und die hole ich mir nur im Angebot, weil die mir echt zu teuer sind sonst. Dann hier einmal Makifix. Bierschinken. Ich kann es jetzt langsam in den Kühlschrank. Eine Savillard Wurst. Nochmal. Ein Kochschinken. Zweimal Schlagsahne. Wir haben nicht so viel eingekauft. Wir haben nicht so viel da. Hackbratensoße. Einmal Eierchen. Nochmal ein Hackfleischwein. Und Rinds. Zweimal großer Speisequark. Sodastream-Flasche. Die ging leer. Einen Teil habe ich bei Miedel gekauft. Und das sind diese Oreo-Muffins. Die sind so lecker. Ich mag die sehr gerne. Vor allem die Füllung da drin. Gibt am Sonntag. Ja, mein Lieben. Das war es jetzt für diese Woche schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei nächster Woche wieder. Bis dann. So, meine Lieben. Ich war nochmal kurz los im Müller. Und habe nochmal Einlagen geholt. Bloß eine Tüte. Also eine Müller-Tüte. Und habe für das alles... Also einmal habe ich glaube ich... Oh, ich weiß nicht. 12 Cent bezahlt. Da habe ich 5 Stück geholt. Und einmal dieses Vanille. Das kann man nämlich gratis testen. Und einmal habe ich 14 Stück geholt. Ne, 12 Stück. Und da habe ich einmal Katzenfutter geholt. Füller-Dinger. Und einmal... Das kann man nämlich auch gratis testen. C war mir schon weg. Und habe... 5... Oh, ich muss mal gucken. 53 Cent bezahlt mit Tüte. Genau. Ähm... Stopp. Da war noch ein Katzenfutter. Ein Katzenfutter hatte ich noch dazu. Also müsst ihr euch dazu denken. Ein Katzenfutter. Also habe ich für alles mit Tüte 35 plus 12 Cent. Also 35... Oh mein Gott. Es ist so spät. 55... 57 Cent, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. War wieder viel gratis. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Und dann sehen wir uns nächste Woche.